Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls Remastered weiter geht's hier an dem Lagerfeuer dann wollen wir uns mal hier vernünftig umgucken und schubsen wir hier aber nicht die rede hier ist jemand gestorben an dem Herrn Ritter Wollte ich schon wieder einen Parry versuchen Moment, so jetzt nochmal erstmal wieder warm werden hier so, jetzt kommen wir hier stimmt der mit dem nicht das wird ja wieder ein Fight warum habe ich den nicht getroffen irgendwie kriege ich es gerade nicht so gut hin mich gegen den Onkel mal hier durchzusetzen oh, ist ja episch der Fight hier Junge, 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 Junge was Schauen wir mal viel sehen konnte ich da ja noch nicht was kommt hier jetzt pass auf Schatz wo denn wo denn ist ja düster hier ist ja düster hier hier ist eine Mimik drin Brachenzahn Brachenzahn Abels Großschild hier scheint auch alles okay zu sein Abels Rüstung okay dann wollen wir mal versuchen die Mimik wegzuklatschen okkulte Keule okkulte Keule schön das war ja immer gar nicht so schlecht hier unten drin ist ja noch irgendwo anders lang ich soll es ich soll es Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen ok hm ich würde fast nochmal meine Bänke auffrischen erstmal nur auf 5 das heißt allerdings ich muss diesen blöden Ritter hier nochmal killen mal gucken ob es diesmal besser hinhaut okkulte oh ah ein bisschen obwohl ich schon ganz schön Schaden genommen habe dann schauen wir mal hier hoch was hier oben so los ist achso hab ich mich jetzt ehrlich ohne Schild gedeckt ist eine Truhe schon wieder eine Mimik schon wieder eine Mimik ja ich bin nur noch weg Alter dein Ernst wow die macht schon mal echt Schaden die gutste die gutste die gutste die gutste die gutste die gutste aber den 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 habe ich auch schon ein bisschen besser drauf zumindest. Hier. Kann ich darüber springen oder was? Erstmal muss ich jetzt die Mimic da oben noch killen. Jetzt gleich wieder aktiv oder kann ich erst mal meine Sachen nehmen. Nochmal bitte. So ganz locker bleiben. So geht es dann auch. Eine Silbermünze. Okay, jetzt bin ich schon wieder versucht auf jede Wand einzuprügeln. Eine Seele hält. Sehr gut. Oh. Okay. Unter mir so ein blöder, kopfloser Dämon. Ging es noch weiter hier in die Richtung? Da ist ja noch eine Truhe. Es gibt es ja gar nicht. Wie viele Mimics gibt es hier denn? Aua hat ihn Zeitkick drauf. Mann! Und eine Goldmünze. Naja. Ja sein können. Mal so einige Bilder an der Wand. Sehr viele Hinweise. Wer schießt hier? Vor dir Freude. Vor dir Freude. Unter Kraft. Ah. Mann. So ein Arsch ey. Vor dir links hat er gesagt. Pff. Mhm. Hm. Unten gab es ja eigentlich auch noch den einen oder anderen Raum zu erkunden. Bogen schützen. Sorry. Ich kann dieser Seite nicht öffnen. Dann geht es noch geradeaus weiter. Und da hinten. Wo die Tür schon offen stand. Hier quasi. Hm, hier ist nicht viel los. Hier hängen noch ein paar merkwürdige... ...Drachen an der Wand. Sonst gibt es hier gar nichts. Okay. Aber sehe ich hier wieder was? Anscheinend nicht. Ja. Dann hoch. Gibt ja auch noch eine Etage höher. Hm, wo gehe ich jetzt lang? Guck mal hier raus. Auch schon wieder keine Estos mehr. Oh, ich brauche noch ein Bogenschützer. Oha. Wie er mich trotzdem trifft. Dann noch lieber mit dem Parry. Okay. Ähm. Oh. Der Zwiebelritter. wie es aussieht. Komme ich wahrscheinlich nur hier durch diese Tür. Aber da komme ich später vermutlich hin. Vielleicht von oben. Hä? Achso, hier komme ich. Komme ich gar nicht hin auf diese Treppe. Gut, dann habe ich quasi nur noch Na, ist ja blöd. Ich glaube, ich brauche zehn Heiltränke, sonst wird das nichts. Wenn ich mich jetzt hier hoch mache, dann bin ich doch hinüber. Da ist auch noch einer. Oh, jetzt klappt der Parry nicht. Jetzt sollte er mal lieber klappen. Dann geht es hier auch noch runter. Mann, oh Mann, oh Mann. Der ist verwirrend. Ich will mal kurz hier unten gucken. Hier ist der Zwiebelritter. Okay, sehr gut. Hmm. Whatever can be done. Ah, you again. Let me guess. Were you repelled by the Silver Knights? Da, don't be ashamed. There's the fate of Vanguard like you and I. I'll think of something. We can overcome this together. Und drei bis fünf Leute brauchen wir. Das ist quite a fix. We'll need another three. No, maybe five bodies. Silberritter. Zwei Stück. Scheiße. Kein Estos mehr. Ach, verdammt. Das ist ja eine relativ ungünstige Stelle. Ach, scheiße. Einen Estos mehr. Hätte ich es vielleicht hinbekommen. Ähm. Ja, ich sollte auf jeden Fall hier nochmal das Feuer einfachen. Äh. Um, äh, zehn Tränke zu erhalten. Oh, hä. Um, werde ich... Um, werde ich inversiert hier. Ja. Oh! Ey. Das war ja eine super Idee. Oh, er hat mir auch zweimal gleich... Ey, wieso konnte ich mich denn nicht ans Leuchtfeuer setzen? Ich wollte es entfachen, verdammt noch eins. Ja, ohne Menschlichkeit wird es jetzt ein bisschen schwierig, vermute ich mal. Ja, toll. Fähre ich die Ausfüllung um? Ja, okay. Bin natürlich sofort... ...inversiert worden, sobald ich menschlich war. Okay, jetzt haben wir hier zumindest 10 Tränke. Auch wenn die Seelen weg sind, was echt ein bisschen ärgerlich ist, aber die kann ich mir hier auch wiederholen. Hm. Indem ich nochmal die Ritter abfarme. Verdammt. Dann müssen wir mal gucken, dass wir den Zwiebelritter mal... ...äh, die Mission vom Zwiebelritter nochmal weiterführen. Aber das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis denn. Ciao, ciao, euer Floki. Muss ich erst mal verdauen jetzt.